Ah, wer so kommt da raus? Ziemlich spannend, das Ganze. Erstmal das umdrehen. Dann alliieren. Oh fuck. Er hat gebebt. Nochmal. Noch eine. Oh shit. Ich hab wahr gedrückt. Ja, geil. Warum hat der jetzt daneben geschossen? Boah, liar. Fuck. Hey, heb das Ding auf. Klar. Das ist immer ganz wichtig. Ja, genau. Ich schick jetzt mein Auto ab. Meine Fresse, wäre ich fast drauf gegangen. Da ist noch was. Ja, die Hydra. Ja. Verdammt. Na, ich werde hier gleich, glaube ich, nur drauf gehen. Ja, genau drauf. Also manchmal, wir haben das Gefühl, die haben ein Aimbot. Heilen kann ich mich ja auch schlecht. Nee, nee, nee. Machen wir mal die Hydras platt. Wir sind voll Energie. Wir heben erstmal direkt das Ding auf. Sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Okay, kein Schaden gemacht. Na komm. Boah, das nervt so. Kaum Zeit hat auszuweichen. Oh, genau. Genau. So. Scheiße auf das Ding. Schnappen wir uns das andere. Bin ich unbedingt vom Brawler treffen lassen. Ja, genau das meinte ich. Verdammte Schitter. Boah, fuck. Ja, das Ding ist zehnmal besser. Schieß schneller. Ja. Genau so, du Hydra-Mist-Fiech. Oh, shit. Wir haben nur zwei Hydras. Ich bin heute Abend getrennt. Scheiße. Okay. Fuck it. How is it? Red Crown, das ist Radler 4.3. VIPs sind sicher. Request Transport ASAP. Copy, 4.3. Transport ist inbound. Over. Galloway. Es gibt fünf von diesen F*****ern. Which one's relevant? I haven't a clue. Just kill them all to be sure. Toll. Kill them all. Fangen wir mit ihm an. Werden alle beobachtet. Way. Aber er wird nie beobachtet. Doch. Fuck. Wir haben ihn gesehen. Ist so weiß. Oh, die führen alle ein Schwätzchen. Jeder mit jedem, ja. Putzig. Fuck. Hey, tell her. Alpha, switch focus to Heller. Kill that son of a b*****. Ah, wer ist der Penner denn? No, 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 no. I don't. Please. Damn. Not him either. The fuck. Der, er wüsste das sein. The fuck. Gott, ist der stark. Viele unschuldige Leben da drauf gegangen. Hm. Der sah schon so schmierig aus. Habt ihr den angreifen sollen. Mein Gott, holt er die Ranken raus. Jawohl. Bis wir diesen schmierigen Typen nochmal finden. Ein Fremder unter uns. Und wieder aufgestiegen. Neun schon. Geht gut voran. Okay, was upgraden wir denn jetzt? Bin mal stark für Gesundheit. So what happened, Heller? Roland. Mercer gave you all that power and you just turned it against them? So misguided. Such a shame. Shame is a funny word coming from someone who runs and hides. Just giving you time to come around. You'll see. Hm. Werden wir auch was sehen. Ist hier unfrei geschaltet. Ein Schlangennest. Hier ist eine Blackbox. Die um uns war eben noch. Hier lang. Genau. Jetzt mal ein Flipper-Mäh-Helikopter machen. Ganz wichtig. Hier ist auch ein Bau in der Nähe. Perfekt. Ja. Da oben. Blackbox geborgen. Fuck yeah. Komischer Anruf. Okay. Dann mal auf zur nächsten Mission. .